Und da sind wir wieder. Yay. Und es geht weiter. Hier ist ein Stück Holz kaputt gegangen. Das müssen wir wegkacken, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal gucken, dass ich die kaputten Holzstücke irgendwie ersetze oder so. Weil das sieht sonst nicht aus, finde ich. Komm, geh ins Bett. Soll ich für den schlafen? Ja, sollst du. Gute Nacht. Okay, es geht weiter. Oh, es ist gar nicht so gut, wie der Tarrot wird. Oh, nicht gut. Oh, es ist heute hier am Regnen. Können wir dich wegkacken? Nö. Warum können wir dich nicht wegkacken? Können wir dich wegkacken? Ja, wegkacken geht. Okay, dann kommst du mit. Weil dann reparieren wir den Zaun einmal hier, an den Stellen. So, genauso wie hier. Ähm. Ah, das geht nicht. Ich dachte, ich hätte fast von dem Haus was kaputt gemacht. So, ähm. Komm hier hin. Na, lass los. Danke. So, wo haben wir noch was kaputtes? Hier. Zack. Ein bisschen reparieren. Falsche Melodie. Oh, oh, die Steckhüben sind fertig. Geil, oh. Die Steckhüben sind fertig, Leute. Oh, oh, die Steckhüben sind fertig, Leute. Nee, haha, falsche Steckhüben sind fertig. Yay, Steckhüben. Skylo. Bam. Erste Steckhübe. Zweite Steckhübe. Yay. Heute können wir Steckhüben verkaufen. Los, los, los. Oh. Ey, gib Essen. Hey. Nein. Zack. So. Damit haben wir unsere zweite Ernte, Leute. Ist das nicht geil? So, für nächstes Mal weiß ich, dass ich Platz lassen muss. Zwischen den. Allen. Damit ich auch wirklich überall ankomme. Ja. Morgen müsste dann die fertig sein und ist auch eigentlich die Kato 5 fertig, würde ich sagen. Oh, da ist wieder ein Büschel gewachsen. Nicht gut. Dann geht es nicht. So, ähm. Mit mir kommt. Nö. Schnell. Los, 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 2, 3 Okay, das sind 8 mal, ich glaube, 60 Gold, oder? Ja, betrachtliche Menge, die Krieger Das sind, mal überlegen Ähm 180 Gold Yeah, super Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe Für deine Ware gebe ich dir 480 Gold Ich hinterlege dir morgen die Summe Und wir gehen ins Bett Dann hätten wir für heute erstmal was Und sobald alles abgeerntet ist, passt das schon So Wie sieht morgen das Wetter aus Bitte lass uns morgen wieder regnen Oh, ja, morgen gibt es auch Sonne Morgen wird es sonnig und warm Yay Auch gut Vor dem, ja So, mal gucken, wie es aussieht Ne, die Kartoffeln sind noch nicht fertig Aber dafür die letzte Steckrübe, so wie ich sagte Das heißt, ja So Jetzt holen wir uns die Gießkanne Und gießen eine Runde Gießkanne, wo bist du? Mitkommen Danke Oh, ich bin müde ein bisschen Das ist nicht gut Oh, kein Wasser Okay Gar nicht schlimm Gar nicht schlimm Zack Das ist Spaß Ah Wasser So Und projeto Gold Okay Gold Ginger Gold 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 Ich muss immer wieder den Zaun wegnehmen. Das kommt davon, wenn man das noch nicht so gut kann. Anfängerfehler. Alles Anfängerfehler. Von demnächst mache ich es besser. In der nächsten Ernte wird ein bisschen aufgepasst. Zack. Zack. So. Heute ist Sonntag. Ich gehe ein bisschen in den Laden aus und schafften. Ohne Hund. Hund bleibt zu Hause. Faule Sau. Oh, und wir essen erstmal eine Runde. Auf halbem Weg. Der Typ ist da. Mal schauen, was der uns geben kann. Ich bin ein reisender Händler. Leute verkaufen... Leider verkauf ich zur Zeit nicht für. Wenn etwas weiter... Verkaufen willst, dann lege ich es auf den Tisch da drüben. Ähm, nö. Hat nichts zu verkaufen. Oh, die Wahrsagerin. Warum ich nicht in die Kirche gehe? Gottes überall und in irgendwo. Verstehst du? Okay. Ah, naja, gehen wir mal in die Kirche. Auch wenn ich nicht gläubig bin. Doch nehmen wäre viel leichter, wenn wir nicht so viel arbeiten müssten. Ne, nicht wirklich. Weil dann wird immer das Geld fehlen. Hör mal ab in die Kirche. Ähm, da wird es da. Hallo. Ist es nicht heute hier? Oh, eigentlich nicht. Ach, sei nicht so ernst. Hör mal ab. Mein Vater trinkt viel zu viel. Ich mach mir Sorgen. Okay. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du auch Erfolg haben. Vertrau mir. Okay. Rausch den Worten des Priesters. Ich glaube, dass es Gott gibt. Doch, du doch auch, oder? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zuwählen. Diese Kirche wurde für den Gott der Ernte errichtet. Vertrau in dem Gebet. Im Gebet. Ähm. Liebe deinen Mitmenschen. Wenn du nicht zu ihnen bist, werden sie auch nicht gut behandeln. Mit den Tieren ist es genauso. Okay. Lausch den Worten des Priesters. Klar. Ach, du bist zu gläubig. Naja. Ergibt mich für das hier. Was ist es für ein Jahr? Blablabla. Fels. Entlangfels. Eierfels. Winter. Entlangfels. Kometenfels. Okay. Hör mal einiges zu tun. Oh, der Trinker. Nö, ich glaub dich in jeden Sonntag eine kleine Runde. Okay. Wir haben zu. Ähm. Ja. Ähm. Mal das noch mit dem Typen hier. Na, lege deine Hühner fleißig, Eier. Setze sie in blau und Hühner und du sagst mir jeden Tag dasselbe. Such mal. Ne, wir müssen hier raus. Ja, und damit ist auch hier schon wieder die Zeit um, würde ich sagen. Ähm. Das war Harvest Moon. Mit eurem Ryukhan. Der hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Mit der schönen Musik im Hintergrund. Und wir haben unsere zweite Ernte. Wir haben 480 Gold verdient. Fürs erste Mal wie. Oh. Ja, dann war ich gewicht. Ähm. Ach so, der hat sich. Ja. Da würde ich sagen. Wie gesagt, ne. Haltet mal schön die Hände über den Bettdecker halt, Leute. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen.